So, und damit herzlich willkommen zurück zu Gianna Sisters. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme, ich freue mich richtig wieder hier zu sein. Oh, welch Grauen. Ja, da man ja merkt, dass dieses Let's Play ja auch ein wenig sehr erulehr kommt, merkt man vielleicht auch, dass ich sehr leide. Mal ehrlich, ich sterbe hier öfter als ich, naja. Man sieht es ja bereits in den anderen Folgen. Aber na gut, wir sind ja nicht hier, um zu meckern, sondern wir spielen jetzt hier den Grollgraben. Viele Level sind ja jetzt eigentlich nicht mehr. Dreie noch, also zwei und dann kommt der Endboss. Und mich grault schon richtig, denn wenn wir uns mal überlegen, wie die alten Endgegner so waren, dann, naja, ich glaube mal der Drache wartet da auf uns und ich... Ich bin richtig motiviert, Mensch. Na gut, na gut. So, Gianna rennt wieder. Mir wäre auch schon fast zum Weglaufen. Äh, was war hier so, ne? Genau. Erstmal wieder rinkommen. Lieber wechseln so. So, ich muss erst mal sehen, wie die ganze Steuerung war, aber ich denke mal... Uh, die spawnen ja immer wieder neu. Warum? Gibt es hier etwas Bestimmtes? Na gut, das war jetzt hier aber nur der Anfang, hallo. Und es wird wahrscheinlich noch... Ja, was heißt wahrscheinlich ist 100 Pro noch viel schwerer als das hier. Na gut. Ich muss auch aufpassen, ich... Mir kommt so vor, als... Huah, Alter, Hilfe. Nein. Huah, nein. Huah. Boah. Äh, ich wollte gerade sagen, ich übersehe ja auch eine Menge, dass ich da mal vielleicht versuche, ein bisschen mehr... mich umzugucken. Versprechen kann allerdings... kann ich allerdings nichts. Scheiße, das Wasser kommt gerade. Huah, haha. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Nein! Hey, erster Tod, Mensch! Was? Geht ja super los, Mensch! Diese Aufnahme wird 100 Pro ein... Hallo? Springt? Ach, nee, stimmt. Ja, die hier springt ja. Ich hab das gerade verwechselt. Ich mach das nicht mit Absicht, ich schwör's. So, jetzt aber, komm. So, wenn ich wechsle, geht das Wasser dann? Scheiße, das springt an. Also muss ich mich beeilen. Das Wasser kommt. Huah. Schnell. Huah. Nein, huah. Ich komm mit den Tasten nicht mehr klar. Ha, 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 ha. Scheiße, das Wasser ist gleich da. Und wir sind sowieso tot. Ach, Mann! So, komm, komm, jetzt aber. Äh, im Notfall... Im Notfall verzichte ich auf die Diamanten. Ich werd mich nicht mehr drüber aufregen. So, jetzt geht's, äh, so zumindest. Aber, was willst du machen? Ist ja schlimmer als Super Mario. Ach, nö! Nein! Äh, äh, wenigstens haben wir Checkpoints. Und die Checkpoints sehen wir schon längst viel, viel älter aus. Da wär ich schon schreiend nach Hause zum Mutti-Girant. Nein! So, und jetzt, glaube ich, wär die hier am besten. Ja, wär die hier am besten. Ne, und dann lieber die Happy Gianna, die Cute-Version, glaube ich. Das hier ist ja die Cute-Version. Und die andere, die mit den roten Haaren, das ist ja die Punk-Version. Ist ja eigentlich beides dieselbe Person, nur kann sie bei ihr zwischen irgendwie den Persönlichkeiten hin und her wechseln. Und wir werden jetzt bestimmt gleich sterben. Verdammt. Ach, ja, ja. Und wir sind hier halt auf der Suche nach unserer... Nach unserem Tod. Ne, nach unserer lieben Schwester... Keine Ahnung, wie die heißt, ob die auch Gianna heißt. Alter, es geht hier super los, wa? Ist auch so, wenn man das Spiel nicht direkt am Stück spielt, dann rostet man ein und kann überhaupt... Nichts, kriegt das Timing nicht hin und... Oha. Man stirbt. Und das wohl... Alter, wie soll ich nach vorbeikommen? Das ist halt auch das Schlimme hier. Das ist hier so ziemlich ein Let's-Play-Killer. Wenn man hier 50.000 Mal an derselben Stelle... ...hängen bleibt, dann seht ihr ja auch nichts anderes. Überspringen will man das ja dann nicht. Also kann man überhaupt nicht. Man könnte es eventuell rausschneiden, aber dann wäre ja auch nicht grad... Ist ja damit auch nicht geholfen. Weil erreicht hat man damit ja im Endeffekt... ...so gut wie nichts. Weil... ...das Let's-Play ist ja dazu da, dass man den Leuten ja zeigt... ...wie das Spiel ist, ne? So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Mensch, uah! Alter! Nein! Alter! Ich werde... Naja, naja. Aber das ist auch so, weißt du, bei dem Spiel hier kriege ich auch so ne zweite Persönlichkeit... ...die dann immer kommt. Die kommt dann immer und... ...läuft amok. Ich jetzt... Nur der Anfang. Und wir sind jetzt bestimmt schon 20 Mal gestorben. Ich möchte... ...irgendjemand sehen. Ich... ...irgendjemand, der dieses ganze Spiel ohne ein einziges Mal zu sterben schafft... ...wer das schafft, dem... ...äh... ...wat machen wir da? Dem schwöre ich hoch und heilig... ...dass ich ihm 50 Euro... ...auf sein Konto überweisen werde. Muss aber natürlich das gesamte Spiel sein, ne? Ohne ein einziges Mal sterben in einem Durchlauf. Heißt auch kein Schneiden hier, ne? Ne? Und... ...ja... ...wir das dann halt... ...als Privatnachricht senden am besten... ...hier auf... ...YouTube und... ...Checkpoint. Oh. Und... ...wer das halt schafft, der kriegt dann 50 Euro. Ach, scheiße. Hui! Und... Hui! Nein! Ich dachte, ich schaff's noch. So, einmal wechseln. So, einmal wechseln. Nein! Ich hab verhästen zu drücken. So. Halt, warten wir noch einmal ab. Jetzt. Noll, die Chilion! So. Warten. Jetzt springe. Jetzt schnell laufen. Hier kann ich ja stehen, oder? Ja. So, dann wieder warten. Schnell laufen, schnell laufen. Hier warten. Schnell laufen, schnell... Äh, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Schnell laufen, schnell laufen. Und warten. Und runter jetzt. Okay. Scheiß, was auf die Diamanten da. Ich hab keinen Bock, noch mal zu sterben. Man merkt's vielleicht. Und da. Nein! Äh... Alter, ich dachte, wir sterben wieder. Oh! So! Jetzt aber. Hui, Checkpoint. Alter, wenn's die Checkpoints nicht gäbe, wir wären sowas von am Arsch. Ah! Eih! Eih, sieh, wollte ich gerade sagen. Ach, du Scheiße. Okay, ich dachte, wir würden dagegen rennen. Aber läuft ja noch halbwegs gut hier. Ach, nö, nicht wieder Blubberblasen. Ach, Mann. Ich hasse die Dinger. Da, jä, jä, jä. Ha, ha, ha. Alter, die sind sowas von ätzend. Die sind auch so scheiße zu steuern. Ach, Scheibenkleister. Okay. Nein, nein! Alter, wenn ich jetzt Facecam hätte, ich... Ich könnte das jetzt zeigen, was für ein Hals ich jetzt kriege. Ah. Vorsicht! Weiter! Vorsichtig! Nein! Nein! Oh! Nein! Ach, ich dachte, das wäre... Huh. Ich dachte, das wäre ein Schlacheln da oben. Ha. Vorsichtig! Vorsichtig! Da oben ran! Los, kommt ja jemand! Huh! Unter! Nein! Oh, Checkpoint! Huh! Alter Schwede! Die sterben! Die Wassergeschichten hier sind ja auch am tollsten mit den Blowerblasen. So, mal oben gehen. Alter, ich hoffe... Nein! Ach, Scheiße, da ging's nicht. Ich dachte, nein, ich muss wechseln da. Alter, mal, wenn... Mir grauselt schon, seit ich weiß, dass ich mich auch weiter aufnehmen muss, denn... Wenn das hier jetzt schon so was von voll am Abkacken ist, dann will ich nicht wissen, was die letzten Level sind und erst recht nicht der letzte Bosskampf. So. Kann ich hier ein Checkpoint haben, bevor ich unten nachgucke? Nö. Nö. Vorsichtig! Okay. So, dann wechseln. Oh, nach oben. Nein! Oh! Alter! Beste Idee ever! Puh, einmal teleporten. Checkpoint! Ja! Puh, Gott sei's gedankt. Äh, gedankt, ja. Gedankt. Puh, plumpst, Klo! Gott sitzt wieder auf dem Scheißhaus. Nein! Ach, Scheiße, wie soll ich da rüberkommen? Alter Schwede. So. Ach, du Scheiße. Uh, haben wir geschafft. Jetzt hier am besten sterben, ne? Ach, komm von der anderen Seite jetzt. Wunderbar. Jetzt. Hiya! Und, hiya! Ähm, hier lang. Nein! Nicht! Sterben! Ich brauch! Den Checkpoint! Ja! Huh! So, am besten, dass der hier nicht rauskommt und... Die hier heißen, dass da irgendwo ein Schalter sein muss oder so. Irgendwo... Aua. Ist hier ein Schalter, wollte ich sagen. Ach, da nach unten auch noch. Na, super. Habe ich ja auch voll Bock drauf. Ah, Scheiße. So. Der ist schon mal betätigt. Dafür mussten wir ein Leben einheimsen. Ach, Mann. Wechseln. Und jetzt aber. Huh! Alter, ich seh nicht. Dangerous. Fragezeichen. Haja! Ich riskiere da links lieber nichts. Bei dem Vogel nicht so lange, wenn wir keinen Checkpoint haben. Da ist ein Checkpoint-Zone. Jetzt können wir auch riskieren gehen. Geh sterben, Ase. Hui! Und hui! Haja. Sieht ja... Ah, das ist Zimmer. Aber hätte ja auch sein können, dass hier nichts ist. Und dann werden wir vollkommen umsonst hier herkommen. Ach ja. Scheiße. Na gut. Komm, gehen wir so zurück. Hui! Und... Den hier auch noch. Haben wir ja immer ein neues Bild freigeschaltet. Und... Ach, du Scheiße. Nicht schon wieder die... Kackbratzen. Die verseuchte Kacke hier. Okay, das war zu spät. Dann muss ich hier auch einmal... Ach nee, falscher Knopf. Irgendwie hakelt hier die Framerate ein bisschen. Ich glaube, dass das am Wasser liegt. So, jetzt am besten... So und ducken. Und... Ah, scheiße. Nein! Udrecksack! Alter, wie habe ich das geschafft? Puh. Wie komme ich da durch? Komme ich nie im Leben durch? Sag mir nicht, dass es eine Schildkröte für... Nein! Ja, nein, nein! Drecksack! Uh! Oh! Health Infact! Mann! Ich scheiße jetzt mal auf die roten Diamanten. Ich habe kein Bock, hier zu sterben. Aber sowas hat überhaupt kein Bock! Kein Bock! Ich habe kein Bock! Checkpoint! Halleluja! Puh! So, wenn sich die Dinger jetzt... Da jetzt gleich regenerieren... Regenieren die sich? Ja. Dann können wir auch eben noch mal kurz zurück, um die roten Diamanten zu holen. So. So, wer sagt's denn? Aber eben war mir das zu gefährlich. Da wollte ich nichts riskieren. Alter. Meine Fresse, dieses Spiel bringt mich um! Wortwörtlich! So. Hoch wechsel! Und... Ach, scheiße. Hier rüber wechsel! Und hoch! Hui! Wechsel! Und... Nein, noch nicht! Jetzt! Hui! Wechsel! Und hoch wechsel! Ah, das war knapp. wir Officers! Wir können jetzt auch jetztТfeierbau. mich haben wir das Video an. Ich wusste schon mal! In unserem America topping Jetzt! Ich nur für alle grease! Untertitelung des ZDF, 2020